Schau, wie die Schlange den kleinen Jaguar verdrehte. Die dichten Wälder des Amazonas-Regenwaldes sind ein Ort voller Geheimnisse und Gefahren. Zwischen den hohen Bäumen und dem dichten Unterholz lauern viele Räuber, die auf ihre nächste Mahlzeit warten. Eines Tages, in den Tiefen dieses wilden und faszinierenden Ortes, spielte sich eine dramatische und unglaubliche Geschichte ab. Der junge Jaguar, Tico, war ein neugieriger und abenteuerlustiger Junge. Seine goldene Feldzeichnung mit den markanten schwarzen Rosetten verlieh ihm ein majestätisches Aussehen, selbst in seinem jungen Alter. Tico hatte die Gewohnheit, von seiner Mutter abzuweichen und allein durch den Wald zu streifen, immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen. An diesem bestimmten Tag, als die Sonne durch das Blätterdach schien und den Boden des Waldes mit einem grünen, mystischen Licht erleuchtete, entdeckte Tico eine frische Spur eines Tieres, die ihn tief in den Wald führte. Seine kleinen, aber scharfen Krallen gruben sich in den weichen Waldboden, während er dem Geruch folgte, der ihm in die Nase stieg. Die Jagdinstinkte des kleinen Jaguars waren erwacht und er schlich vorsichtig durch das Unterholz. Doch was Tico nicht wusste war, dass er selbst beobachtet wurde. Eine riesige Schlange, versteckt im Schatten eines großen Baumes, hatte den jungen Jaguar ins Visier genommen. Diese majestätische Schlange war berühmt für ihre Geduld und ihre tödlichen Reflexe. Sie konnte stundenlang bewegungslos verharren, bis sich die perfekte Gelegenheit bot, ihre Beute anzugreifen. Tico, der immer noch der Spur folgte, merkte nicht, wie sich die Umgebung um ihn herum veränderte. Die Geräusche des Waldes wurden leiser und eine unheimliche Stille breitete sich aus. Plötzlich hörte er ein leises Rascheln. Doch bevor er reagieren konnte, schoss die Schlange blitzschnell hervor. Mit unglaublicher Geschwindigkeit und Präzision wickelte sie sich um den jungen Jaguar. Tico brüllte vor Schreck und Schmerz, doch die Kraft der Schlange war überwältigend. Sie zog ihre massigen Ringe immer enger um seinen Körper, jeder Atemzug wurde schwerer. Der kleine Jaguar kämpfte verzweifelt, seine scharfen Krallen und Zähne blitzten auf. Doch die Schuppen der Schlange waren wie ein stahlharter Panzer, der jeden Angriff abwehrte. Im Moment der höchsten Not erinnerte sich Tico an die Lehren seiner Mutter. Ruhe bewahren und die Umgebung nutzen, hatte sie immer gesagt. Mit einem letzten Kraftakt begann Tico sich nicht gegen die Schlange zu wehren, sondern mit ihr zu arbeiten. Er drehte sich und nutzte die Bewegungen der Schlange, um nach einem Ausweg zu suchen. Während dieser dramatischen Auseinandersetzung bemerkte Tico einen dicken Ast, der über dem Boden hing. Mit einem letzten Aufbäumen seiner Kräfte schaffte er es, den Ast zu erreichen und sich daran zu klammern. Die Schlange, die nun ihre Beute verloren glaubte, verstärkte ihren Griff. Doch Tico, an den Ast geklammert, konnte die Schlange dazu bringen, sich um den Ast zu wickeln. Mit jedem Zentimeter, den die Schlange sich weiter um den Ast wand, lockerte sich ihr Griff um Tico. Schließlich, als die Schlange sich vollständig um den Ast geschlungen hatte, war Tico frei. Er war erschöpft und hatte kaum noch Kraft, doch er wusste, dass er diese Chance nutzen musste. Mit einem letzten verzweifelten Sprung befreite er sich vollständig und rannte davon, während die Schlange am Ast festhing. Tico schaffte es, sich in Sicherheit zu bringen, doch seine Mutter, alarmiert durch die Geräusche des Kampfes, eilte ihm entgegen. Sie fand ihren Sohn erschöpft, aber lebendig und leckte ihn beruhigend über das Gesicht. Tico erzählte seiner Mutter von der Begegnung mit der Schlange und sie war sowohl stolz als auch besorgt. Sie wusste, dass der Regenwald voller Gefahren war, aber sie war stolz auf den Mut und die List ihres Sohnes. Von diesem Tag an war Tico vorsichtiger, aber auch weiser. Er lernte, die Zeichen der Gefahr besser zu erkennen und seine Umgebung stets im Blick zu behalten. Die Geschichte von Ticos Kampf mit der Schlange verbreitete sich unter den Tieren des Waldes und er wurde zu einem Symbol des Überlebens und der Cleverness. Die Schlange, die sich schließlich vom Ast befreit hatte, kehrte in die Tiefen des Waldes zurück, stets auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit. Doch sie würde nie vergessen, wie ein kleiner Jaguar sie überlistet hatte. Der Regenwald blieb ein Ort voller Abenteuer und die Geschichten von Mut und Überleben wurden weiterhin erzählt. Inspiriert von der unglaublichen Begegnung zwischen Tico und der Schlange. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Video. For President.